Als ich zum Club kam, sagte ich, dass mein Traum mit Werder war, um in Europa zu spielen. Wir wissen, dass es sehr schwierig wird, aber wir wissen auch, dass Cologne in Europa war. Warum sollten wir auch das gleiche Gelegenheit machen? Ich fühle mich nach Hause seit dem ersten Tag, als ich zum Club kam. Ich glaube, dass wir letzte Saison ein paar gute Schritte haben, insbesondere seit den letzten sechs Monaten. Ich kann sehen, dass es etwas positive passiert ist. Ich glaube, dass die Transfer-Winder zeigen, dass wir noch besser werden wollen. Ich bin nur hier für ein Jahr und ich glaube, dass es viel Arbeit zu tun ist. Beide als Team, aber auch für den individuellen. Ich denke, dass ich viel mit diesem Coach und in diesem Club kann. Das sind die Gründe. Ja, es gab konkrete Offen. Aber wie gesagt, wir hatten eine Diskussion, dass wir nach der Weltkampen sitzen. Als wir nach unten hatten wir beide das gleiche Gefühl haben. Ich fühle mich hier bei Hause. Ich fühle mich, dass es viel Arbeit zu tun ist. Ich weiß, dass ich viel hier kann. Und wie du gesagt hast, dass sie wirklich glaubten, dass sie mich wirklich glaubten. Und dann war es eine einfache Entscheidung für mich, um meinen Kontrakt anzunehmen. Es ist einfach, um einen besseren Spieler zu werden, in jedem Aspekt zu werden. Es ist einfach, um einen besseren Spieler zu werden. Es ist einfach, um sich zu werden. Es ist einfach, um einen besseren Spieler zu werden. Es ist einfach, um sich zu werden. Ich glaube, dass ich viel in der letzten Saison habe. Ich glaube, dass ich sehr gut bin. Offensiv, ich glaube, dass ich sehr gut bin. Aber es gibt auch einige, wo ich besser bin. Und ich glaube, dass es in der letzten Saison ist, dass ich sehr gut bin. Okay, So Hass,ielo Parlage ist ein bisschen Poisiger multiplicatif. So, ich glaube, dass es noch einige Sachen gerekt. Ich glaube, dass es nicht mehr lebt. Es gibt auch ein Vergnügen beiimetern,